zum schluss verdient verloren aber waren wir auch eine sehr zweifelhafte schiedsrichterentscheidung finde ich auch ein bisschen toll jetzt ich habe es ihnen gönnt und ja patrick fand ich sehr gut das war ein tolles spiel ja schade dass das verloren wurde aber ich finde es auch ein bisschen blöd vom schiedsrichter ein spiel durch eine übertreten beim freiwurf entscheiden zu lassen ja das war schon in ordnung aber die haben nicht getroffen das war käse im anfang haben die schiedsrichter von vornherein gegen die mannschaft gepfüffelt und dann ist klar dass die leute missmutig werden und nicht mehr mitmachen ich kann dazu nichts sagen ich habe einen vollen bunt war ein interessantes spiel ich habe in die erste halbzeit da hätten wir besser verteidigen müssen in der zweiten halbzeit würde vorne einfach nicht reinfallen aber die nächsten spiele kommen noch die playoffs sind immer noch möglich in magdeburg haben wir einfach weg